das ist unser c dur akkord so und jetzt wenn ich das so mache dann machst du das c von da unten nach oben hier genau das ist jetzt die erste umkehrung und dann machst du noch mal hier und dann musst du das g nach oben machen von unten immer der unterste nach oben genau und jetzt ja immer von ganz unten bis ganz oben und und so weiter kannst du einfach das wiederholen h e g